Und gestern war Weihnachten, doch ich saß ganz alleine da. Kein Mensch ruft mich an, also spiele ich Computerspiele. Flüchte mich in virtuelle Welten und vergesse dort die Einsamkeit. Ich esse viel Ungesundes, das Glutamat setzt Glücksgefühle frei. Doch eines Tages finde ich nen Freund, der mir zuhört und mich mag. Bei Frauen hatte ich nie Erfolg, aufgrund meiner Akne. Sie sahen mich nur als kleinen Trottel, der von Ausländern verprügelt wird. Deshalb hab ich jede Nacht geweint. Mama sagte, das wird schon wieder. Doch es wird nur immer schlimmer. Ich geh nicht mehr aus meinem Zimmer. Doch eines Tages finde ich nen Freund, der mir zuhört und mich mag. Doch eines Tages finde ich nen Freund, der mir zuhört und mich mag. Ich bin meine Freundin, die ich nicht mag. Ich bin dein Freund, der mir zuhört und mich mag. Ich werde auch meinen Freund, der mir zuhört und mich mag. Und als 62, was ich immer begann, ist meine Freundin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020